Wir haben jetzt gerade eine Gondelfahrt gebucht und so den leichten Abendstunden bei dem schönen Licht. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Wie ist dein Name? Tommaso. Also, Tommaso fährt uns. Tommaso steigt natürlich hinten zu. Einmal rückwärtsfahrt. Einmal rückwärtsfahrt. Einmal rückwärtsfahrt. Einmal rückwärtsfahrt. Ciao, ciao. Ciao, bello. Bellissimo. Blu-Hipi. Du bist. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das sind jetzt hier hinten die Gassen, da sind keine Touristen unterwegs, großartig Also dieser Kanal ist nur für Gondeln, denn wir haben hier nur einen Meter Wassertiefe Wir sagen einfach, dass es sehr kalt ist Ja, aber jetzt diese Saison ist kalt, normalerweise glaube ich, es ist nicht kalt Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja So, Madame, Madame, please sit a little bit on the right Okay Ah, tut er sich... Oh, yes Okay Because Gondola is asymmetrisch Ja, genau Dann tut er sich leichter Ja, ja, ja Das ist wichtig, nicht? Das ist wichtig, nicht? Die Gondola in front of you, it was the same Ja Asymmetrisch Er hat das gerade nochmal erklärt, dass die Gondeln immer asymmetrisch gebaut sind Damit er ja eben die besser steuern kann, weil er seinen Hebelarm eben auf der rechten Seite hat Und dann brauchen die diese Bauart Vorne sieht man das ganz gut, wie krumm und schief im Prinzip die Gondel gebaut ist Ja Schau, schau her, behind you, Sishan Marco Tower, eh? Ja Ja Sishan Marco Tower, eh? Wir haben die Stadt in der Stadt 100 Meter und auf der Oberfläche 3 Meter Angel Gold. Ja. Wir verändern die Position. Oh ja, okay. Ja, okay. Wenn wir den Meer sehen, wie jetzt ist es gut. Wenn wir den Quadraten sehen, ist es gut. Okay. 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 Ich bin Pilot von Pyrogliding. Oh. Ja. Ich schaue immer an die Wolken und die Wind. Hey, die Angel hier war das Gleiche. Jetzt wird es eng. Dass er sein Schwert da oben durchkriegt. Oh, das sind aber auch echt nur wenige Zentimeter. Ja, das waren so 5 Zentimeter vielleicht gerade. Wie schlecht. Ab und zu streifen sie auch. Ja, ab und zu gibt es auch Streifer. Wahrscheinlich, wenn der Wasserstand höher ist. Was denn selten in Venedig nicht so selten vorkommt. Was machen die, wenn der Meeresspiegel weiter steigt? Die Schwerter abschneiden vorne, diese Dinger? Ja. Oder den Brücken höher setzen? Ja, diese Dinger, die haben ja auch diese Anzahl der Verzocken, die da dran sind. Wenn ich das richtig weiß, ist das so ein bisschen so eine Ehrerbietung. Ja, das ist so ein bisschen so ein bisschen wie ein Ehrerbietung. Was ist das so ein bisschen wie ein Ehrerbietung? Ja, das ist so ein bisschen wie ein Ehrerbietung. Ja, nichts los. Nichts los auf dem Kanale Grande. Keine Motorboote, keine Gondeln. Ja, nichts los. Haha. Vorher ist die Branche, eh? Ja die brücke vor ursprünglich mal in hölz aufgebaut und dann ist sie abgebrannt und dann haben die vor 500 jahren in marmor wieder errichtet so Untertitelung des ZDF, 2020 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 wo der Film und Gemisch kommt, wo der Palast fließt in der Wasser. Obviamente, es ist auf dem Computer, oder? Okay. Und jetzt ist es die größte auf dem Grand Canal, 1.200 Jahre. Oh. Aha. Die Familie der Gebäude bezahlt 30 Millionen Euro für Steine. Oh, okay. Ja, ja. Okay. Okay. Aha. Weil die Stadt alle wollen, dass sie die 16, 17 Jahre halten wollen. Für das müssen wir es eine spezielle Firma für Rektorierung, weil dieser Art von Rektorierung ist Post-Servative Rektorierung. Oh, okay. Jetzt ist es komplett restauriert. Mhm. Und haben sie den James Bond für den Film gedreht. Mhm. Jetzt kommt es gut. Mhm. Mhm. Die haben die Sperl schon einget przygotiert, ja? Mhm. 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 Mh-mh-hm-mh-mh-mh-mh-mh. Mhm. Mhm. Die Löwen sind schön, echt super. Hier darfst du maximal 5 kmh fahren. Keine Mottovote, 5 kmh und maximal 2,80 m. Die Löwen sind einfach, aber ich habe über 18 Jahre Erfahrung in Wunderland. Der 15. Generation macht er da schon, seine Familie, 300 Jahre. Der 15. Generation macht er von Wunderland. Auch wieder über die Schleifspuren. Bei Hochwasser wird das eng hier. Wenn die Wasser höher ist, du hast ein Problem. Ja, ich glaube. Wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sind in dieser Position. People are going to scare, put me on the other side. Because nobody is in Stil. Genau. Wenn sie dann... Das ist das Lippenhaus. Das ist das Lippenhaus. Das ist das Lippenhaus. Das ist das Lippenhaus. Okay. Der Halaster von 830 Jahren gebaut wird in der Stein. Bis zum Wunderland. Ja. Der Problem bei Hochwasser ist, wenn es nun normal ist. Das ist normal. Denn die Vorwürmerheit ist in der Grille Linie. Okay. Jetzt ist es normal nach der Grille Linie. Wenn das verse über das Grille Linie kommt, ist das Problem. Für diese Menschen, wie ich, leben in Heifler. Weil im letzten November hier die Wasser herrscht. Diese Lallye. Also wenn du auf das Haus gehst, kein Problem. Aber es ist nicht gut. Es ist nicht lustig. Es ist nicht, weil es sehr kalt ist. Bis da oben hin steht das Wasser tatsächlich immer wieder. Wenn du einen Penguin hast, dann okay. Das Wasser ist nicht für den Regen, sondern für den Wind. Der Wind schlägt das Wasser runter. Ja. Guck mal, wie bei Autos. Mit Spiegeln, genau. Und auch Einbahnstraßen. Wir fahren aber entgegen der Einbahnstraße. Seht das richtig? Vielleicht hat das Schild auch bloß einer so zum Spaß da hingehen. Oder es ist ein Hinweisschild. Nicht gegen einen Mann, sondern doch. Es kommt so unico. Es wird schon Einbahnstraße sein. Schön die Stimmung am Abend. Am Abend, ne? Ja. Guck mal, dieser Schmalzenfrau. Guck mal. Guck mal, der ist ein Schmalzenfrau. Und dann ist es ein Schmalzenfrau. Ihr könnt doch auch noch ein Schmalzenfrau. Er hat gerade sein Handy gebadet. Hier haben wir eine Kirche, in der 12th-Century, in der Romanik-Style. Beside haben wir eine Pintoretto-Paint. Der Telefon ist weg. Genau, der Telefon ist weg. Oh nein. Der Telefon ist weg. Der Telefon ist weg. Der Telefon ist weg. Ich denke, aber das ist weg. Das ist ein Problem. Aber für wenige Sekunden... Ich denke, dass er vielleicht glücklich ist. Ich bin ein Telefon. In meinem Job habe ich fünf Telefon in der Wasser verloren. Ich bin ein Telefon in der Wasser. Ich bin ein Telefon. Wenn die Wasser hoch kommt, die Leute sagen mir, das ist ein Fisch. Nein, das ist ein iPhone. Ja, das ist ein iPhone. Schauen Sie, diese Paläste hier. Ja. Das ist die zweite Haus, in der Giacomo Casanova. Der Playboy. Ja. Mein Lieber Freund. Giacomo Casanova. Palaccio Giustinian, in der 14th-Century, orientalisch. Ja. Casanova. Your Fasa. Das ist eine Sexmaschine. Ja, ja. Fasa auf mein Husten. Ich würde das jetzt auch so interpretieren, dass man da nicht reinfahren darf, oder? Na ja. Ich sehe das vielleicht eng. Psch. Now, this one in front of you is the lower bridge on the seat. Look my gondel in front. Ja, ja, ja. The gondel on the right. Ja, ja. Problem, okay? Ja, ja. Okay. Very good. No worry, be happy. Like the sun. No problem. Leichte Schräglage. Damit wir mit der Gondel nicht hängen bleiben an der niedrigsten Brücke hier in Venedig. Ja, jetzt stellt er sich so hin, dass er gut durchkommt. Yeah. You are welcome. Don't try this at all, right? Nein. Wait until after going. Again. eventuell gehören die alle zur gleichen familie da vorne ist noch mal eine anlegestelle da dürfen wir dieses mal aussteigen ich glaube die liegen hier auf der linken Seite an das ist das ist das ist Ja, das war so unsere Gündelfahrt. Die nehmen normalerweise 80 Euro für eine Fahrt und wenn es dunkel wird nach 19 Uhr, so Abendstunden, dann geht das auf 100 Euro und im Moment lassen sich aber die meisten in Anführungsstrichen runterhandeln. Eigentlich kriegt man sie oft schon für 60 Euro. Wir haben jetzt 70 Euro ausgehandelt gehabt und dann habe ich ihm aber einfach die 10 Euro noch als Trinkgeld dazugegeben. Und die 10 Euro sind dann auch wirklich bei uns am Gondoliere gelandet und das hat ihn echt riesig gefreut. Haben sie sich verdient. Ja.